Hallo und willkommen bei Besser Leben mit Papageien und Sittichen, ein Podcast von und mit En Castro. Im letzten Podcast haben wir über das vergangene Jahr gesprochen, aber das ist jetzt Schnee oder Vogelkacke von gestern. Viel schöner ist es doch, in die Zukunft zu schauen und zu träumen. Stell dir also vor, du sitzt friedlich bei dir im stillen Kämmerlein und kümmerst dich um deinen eigenen Kram. Doch auf einmal taucht aus dem Nichts vor dir eine zauberhafte Glitzerfee auf. Mit glockenheller Stimme fordert sie dich dazu auf, dir ein perfektes neues Jahr mit deinen Papageien oder Sittichen zu wünschen. Der Haken? Der Haken ist, dass du dir alles im kleinsten Detail vorstellst. Die ganze Folge kannst du auf podcast.dievogelschule.com anhören. Wir sind zu.